So Leute, bevor es losgeht, muss ich mal was erwähnen und zwar, das Video ist etwas älter, zweitens mit Travis Handy aufgenommen, das ist ein J3, 720p, 30fps, Fully Dival und dann auch unscharf, ja ich weiß, ich kann mal qualitativ scheiß sein, naja, ähm, aber das war ein Blowout Video, das ist wie gesagt schon etwas her gewesen, am 31.08. war das, äh, zwei Monate her, ja, und weil ihr das letzte Blowout Video so gefeiert habt, mit 14 Likes und 2 Dislikes, ich weiß ganz genau, wie die 2 Dislikes sind, ähm, naja, ähm, ja, und dann dachte ich mir, zeige ich euch das mal, weil euch das letzten so gut gefallen hat und zwar geht das los mit dem Video nach dem Intro. Autofokus, der war gut. Wir haben hier High Quality liegen, obwohl der war eigentlich, äh, gut, der war doch gut, oder? Cool, let's play, wir war Gucci, Gucci, so drecklich und meinem Sex noch verschwiegen. Biss, 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 biss. Biss, 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 biss. Biss, 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 biss. Wow, das sieht voll geil aus. Noch mal lauter. Hier, lass doch. Faster, faster, faster! Noch wieder das andere Tag mit den Frequenzen auf deinen Händen. Jetzt riech mal hier dran, das stinkt an... Das stinkt an Scheiße! Das sieht leppig aus, ja. Sieht einfach aus wie ein Wheel aus. Boah! Boah! Scheiße, riech mal hier dran! Komm, riech mal! Boah! 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 Oh, nee, ist verschoben! Boah! 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 Das stinkt! Nein! Boah! 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Maske. Harter, harter Material. Boah, Alter, das stinkt. Boah. Boah. Siehst du? Boah. Boah, Alter. Boah. Ja, äh, kann das hier höchstens noch warten? Boah, Scheiße. Kann eine Kamera eigentlich so scheiße sein? Ja, keine Ahnung. Ist die dreckig oder was? Boah, Digga. Ach du Scheiße, die ganze Bude stinkt nach dem Teil. Deine Kamera war ein bisschen dreckig, ne? Ja. Ich hab Angst. Boah, das müffelt. Wie ist das hier müffelt? Scheiße, Digga, Mann. Keine hohen Töne, bitte. Ich krieg, das ist wirklich. Bei dem ist das Sehempfinden. Mach das nicht. Mach tiefe Töne. Warte mal, ich bin mal ein Lied ab, ja? Ja. Das ist wirklich so viel Darmut zu machen. Ne, ich... Mann. Das Loch ist zu klein, ja? Profi kommt an die Stadt. Mit der Schraube rein, ja, Mann. Hat funktioniert. Ja, das kannst du als Thumbnail nehmen, oder? Ja, wie neu. Boah. Es geht so leid daran, warum stinkt der so? Denken sie sich. Ja, wie neu. So, wie neu. So, sollen wir den jetzt lauten? Wie noch einmal ist das? Ja! So, ich bin ein sehr cooles hinter mir. Eu sportfal richtig und zu give psiungen. Gutschuldigung ist zu sein.